Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo Video. Im heutigen Video bringen wir euch einen deutschen Autobauer näher, den vielleicht einige gar nicht so direkt auf dem Schirm haben. Es gibt auch manche, die denken, es handele sich hierbei nur um einen Tuner, was komplett falsch ist. Denn seit 1981 ist es ein vom Kraftfahrtbundesamt anerkannter Autobauer. Wer von euch hat jetzt auf unserem Kanal direkt an Alpina gedacht? Das wäre nämlich falsch. Die Rede ist nämlich von Ruf. Nun ab zum Video. Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Das Unternehmen Ruf begann als Kfz-Betrieb im Jahre 1939, welches Alois Ruf Senior gründete. In dieser Werkstatt krabbelte auch sein Sohn Alois Ruf Junior bereits umher. Hierzu sagte er in einem Interview mit thehiddenchampion.de Einmal fiel ich ins Altölfass, wurde herausgezogen und so meiner Mutter präsentiert. Das war also meine Taufe. Alois Ruf Junior. Es steckt also bereits in den Genen eines jeden Ruf. In der Traumfabrik für Erwachsene entstehen bis heute Meisterwerke, welche mit maßgebender Leistung, überragendem Handling und exzellenter Bremsanlage handwerkliche Kunstwerke darstellen, welches jeden motorisierten Wunsch in Erfüllung gehen lassen. Setzen wir die Reise in die Vergangenheit nun in den 70er Jahren an. Die bereits genannte Kfz-Werkstatt hat über viele Jahre Erfahrung mit Porsche-Modellen sammeln können und diese Expertise in den ersten Ruf-Prototypen einfließen lassen, den Ruf Turbo. Hierzu nahm man sich einen 911-Turbo als Basis mit 3 Litern Hubraum und 260 PS und erweiterte dessen Leistung auf 303 PS mit 3,3 Litern Hubraum. Im Jahr 1981 war es dann soweit. Ruf wurde vom Kraftfahrtbundesamt offiziell als Automobilhersteller anerkannt und erhielt somit auch eine komplett eigene Fahrgestellnummer. Ein Ruf ist somit immer ein waschächter Ruf. Ab 1983 baute Ruf dann auf Kundenwunsch Porsche 911 zum Ruf BTR um. Die Besonderheit bei diesem Modell war, dass der Ruf ein Fünfganggetriebe besaß, während das Porsche Pendant nur mit einem Vierganggetriebe einherging. Der BTR durchbrach in einem Test des US-Magazins Road & Track, welches verschiedenster straßenzugelassene Sportwagen testete, die magische 300 kmh-Marke auf dem Testgelände Ära Lessin. Im Jahr 1987 erblickte der legendäre Yellow Bird ein Ruf CTR mit Biturbo-Aufladung und 469 PS das Licht der Welt. Der CTR war mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 342 kmh das schnellste straßenzugelassene Fahrzeug der Welt. Man bemerkt anhand der Modellpalette, dass sich hier schon ein roter Faden erkennen lässt, in welche Richtung Ruf mit seinen Automobilen gehen möchte und wie wir heute wissen auch sehr erfolgreich gegangen ist. Der Clou an Ruf ist auch, dass es keinen Wunsch gibt, der hier nicht abgeschlagen wird. Die Individualisierung spielt hier eine sehr große Rolle in der Markenphilosophie. Dazu ein kleiner Ausschnitt aus einem Interview vom Audin Verlag mit Alois Ruf, um dieses nochmal zu verbildlichen. Also bei diesem Fahrzeug handelt es sich um ein 1973er Chassis. Aus diesem Chassis haben wir jetzt einen Traumwagen gebaut, so wie der Kunde haben möchte, nämlich eine Replika, einen Nachbau von einem RSR. Und noch wesentlich mehr, also wir haben ein paar Modernisierungen, das Auto bekommt sogar ein Sechsganggetriebe, was es damals nicht gegeben hat. Und insofern nennen wir sowas SPS, Sports Purpose Specifications, also genau nach dem Wunsch, maßgeschneidert für den Kunden. Springen wir nochmal etwas weiter vor in das Jahr 2008. Die Umwelt und das Klima werden für immer mehr Menschen ein wichtiges Thema. Und auch die Politik übt auf Autobauer mit immer strengeren Abgaswerten Druck aus. Ruf erkannte, dass auch Sportwagen-Enthusiasten sich auch bald diese Frage stellen müssen, ob die Leidenschaft mit der Umwelt vereinbar ist. Die Antwort auf all diese Fragen war der E-Ruf, der erste elektrisch angetriebene Sportwagen aus Deutschland. Beim ersten war die Basis ein Porsche 911, der einen 150 kW Elektromotor direkt ans Getriebe angeflanscht bekommen hat und Reichweiten von über 300 Kilometern erzielen konnte. Es kamen auch weitere Nachfolgermodelle mit mehr Leistung und auch in Zusammenarbeit mit Siemens. Doch jetzt kommt mein persönlicher Lieblings-Move von Ruf. Im Jahr 2017 stellte Ruf den CTR Anniversary vor. Optisch angelehnt an den CTR Yellowbird aus den 80er Jahren, welcher in der Mitte des Videos bereits erwähnt wurde. Ein Oldschool-Ruf mit neuer Technik, das Beste aus beiden Welten. Zusätzlich zum CTR kam im Jahr 2018 noch der Ruf SCR. Fahrzeuge, bei dem die Herzen von Enthusiasten direkt dreimal so schnell schlagen. Wie wir also sehen, ist Ruf eine Marke, welche von Fahrzeugliebhabern für Fahrzeugliebhaber ist, ohne dabei die aktuellen Trends des Marktes aus den Augen zu verlieren. Ich hoffe, dass wir euch damit Ruf ein wenig näher bringen konnten. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr weitere Videos zu weiteren Automobilherstellern haben möchtet, die nicht so zu der großen Masse gehören. So Freunde, das war's mit dem Bavmo-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, eure Bavmo-Crew. Bis zum nächsten Mal.